das rhz da ira sei 675er und es geht an den jungen poka frankfurt geht durch sein kommendes album pic am 27 5 2012 ist release day geht durch das richtig talentierter junge ich gebe mich schon seit längerem, ich habe ihn in der Facebook-Liste seine Videos und ich finde gute Musik sollte man einfach supporten und weiterbringen, egal ob man famous, macht einfach ein Shootout für denjenigen, wo ihr findet der hat es verdient, der ist gut, bringt versucht es wenigstens, ihn weiter nach vorne zu bringen es ist sowieso heutzutage schwer in dieser scheiß Musik-Szene irgendwas zu reißen, ja wenn es jemand verdient hat, macht es weil dadurch werden Leute aus eurer Facebook-Liste einfache Mathematik auch aufmerksam auf jemanden deshalb gebt euch das ich bin's Rasei aus dem schönen Rhein-Hessen und diese Grüße gehen an Frankfurt, am Poker gebt euch sein Album Pick, wie gesagt, am 25 27, Entschuldigung, am 27.05.2012 und ja alle Leute die mich pumpen, die meine Mucke hören aus meiner Umkreisumgebung ich empfehle euch, geht auf Youtube und gebt ein P-O-K-A-R ja die geile Tracks, der Junge hat es echt verdient feiert ihn und ja, wie gesagt versucht mal gute Musik da vorne zu bringen nehmt euch mal ein Beispiel wie gesagt Poker 27.05.2012 Pick das Album Pick gebt euch das Poker da der Z that's it boil